Man sagte mir, dass es um einen Mord ginge. Einen Mordversuch. Dann ist es ja nichts Ernstes. Wenn Sie auf den Zimmerservice warten, ist das schon was Ernstes. Ein Trepp wie dieser Frauen, keine Frage. Stand bisher in keinem Programm. Angelina Jolie, Johnny Depp Die Free-TV-Premiere The Tourist Sonntag, 16. Juni, 20.15 Uhr